Hallihallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Video. Im heutigen Video will ich euch zeigen wie ihr diese wunderschöne Wanddekoration basteln könnt mit den verschiedenen Mondphasen. Die gibt es bei Urban Outfitters und kosten da 34 Euro, viel zu viel für mich. Diese DIY Version aber war nicht mal 5 Euro und meiner Meinung nach sieht es genauso gut aus. Aber bevor wir zum Tutorial kommen, falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren und es würde mich auch super mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt. Und jetzt fangen wir an. Für die kleine Monde braucht ihr eine Art goldenes Bastelpapier oder auch Folie. Im Bastelladen werdet ihr eine ganze Menge davon finden. Da das Original ja aus Metall ist, finde ich sieht es am besten aus, wenn ihr eher so eine Art Goldfolie benutzt. Als nächstes braucht ihr etwas um die Mondform zu machen. Also natürlich in diesem Fall etwas Rundes um die Kreise zu machen. Ich persönlich habe dafür einfach ein Trinkglas benutzt. Dann noch etwas Goldkette. Um die 3 Meter sollte eigentlich reichen. Meine war 3 Meter und am Schluss hatte ich da noch etwas übrig. Und zu guter Letzt Ringel, die eigentlich Gold sein sollten. Ich weiß, aber ich hatte keine. Deswegen halt eben Silber. Beginnt damit ein Stück von der goldenen Papierfolie auszuschneiden. Etwas größer als eure runde Form. Also in diesem Fall halt mein Trinkglas. Okay, der nächste Schritt wird sich ein bisschen seltsam anhören. Aber ihr müsst das Papier oder die Folie sanft zerknittern. Seid aber bitte vorsichtig. Wenn ihr nämlich so eine papierartige Folie habt wie ich, kann die ganz schnell kaputt gehen. Das ganze machen wir um so eine Art Textur zu kreieren, die halt so wie gehämmertes Metall aussieht wie beim Original. Mithilfe eines Acryl Roller oder etwas ähnlichem glättet jetzt wieder die Folie. Und voila, die Folie hat diesen richtig coolen Effekt. Da immer zwei der Monde gleich sein müssen, um es einfacher zu machen, faltet die Papierfolie in der Mitte. Klebt dann ein bisschen Klebeband an die Ränder, damit es einfacher ist beim Ausschneiden und das Papier sich nicht bewegt. Nehmt nun das Glas oder Becher oder was ihr halt ausgewählt habt und zeichnet so viele Kreise wie möglich auf das Papier. Um die Halbmondformen zu machen, benutzt sich einfach wieder das Trinkglas. Für eine der Formen habe ich ein etwas größeres Glas benutzt und dann noch ein bisschen freihändig nachgeholfen. Jetzt schneidet alle Monde aus. Übrigens, gibt es sonst noch irgendetwas, das ihr gerne sehen würdet, wie ich eine Do-It-Yourself-Version mache? Zum Beispiel habt ihr etwas Tolles online gesehen, aber es ist viel zu teuer? Oder vielleicht ein Trend, den es gerade gibt und es ist etwas, das ihr gerne selber machen würdet? Oder vielleicht auch Do-It-Yourself-Klamotten? Was auch immer ihr gerne sehen würdet, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich liebe es, so Sachen zu kreieren und selber zu basteln, aber natürlich will ich ja auch wissen, was ihr gerne sehen würdet. Von den ganzen Skizzen und so konnte man noch schwarze Markierungen auf den Munden sehen. Deswegen benutze ich ein Wattepad mit etwas, das Alkohol enthält. So wie Reinigungsalkohol oder Franzbrandwein oder sogar Desinfektionsmittel. Aber aufgepasst, es handelt sich ja hier um eine Folie. Wenn ihr zum Beispiel mit goldenem Papier arbeitet, dann empfehle ich euch einfach alles mit einem Bleistift zu machen und ihr könnt einfach wieder kleine Markierungen mit Radierer entfernen. Und die Mondphasen sind fertig. Nun müssen wir alles zusammenbringen. Als erstes müssen wir Löcher in die Munde machen. Ich hatte nur dieses spitzige Nadel-Dingsbums, keine Ahnung wie das heißt. Das Problem war jedoch, dass ich immer Angst hatte, dass das Papier reißen würde. Da ich goldenes Klebeband hatte, benutzte ich ein kleines Stück davon und klebte es auf den Mond, dort wo ich halt die Löcher machen wollte. Meiner Meinung nach ist es am Schluss total unauffällig. Ihr könnt aber natürlich diesen Schritt auch überspringen, seid aber dann besonders vorsichtig. Jetzt startet ein Stück von der Goldkette. Die Größe kann natürlich immer angepasst werden, aber in meinem Fall war die horizontale Kette 120 cm lang. Dann für die kleinen Kettenstücke, das längste in der Mitte war 17 cm. Dann nach außen spielte ich ein wenig mit den Größen. Das war dann am Schluss 14, 10, 8, 12,5, 8 und 8,5 cm auf jeder Seite. Jedes Stück Kette wurde im Abstand von 8 cm zueinander platziert. Sobald ich die kurzen Ketten an alle Monde eingebracht hatte, war es dann an der Zeit, sie an die große Kette zu befestigen. Um die Mitte zu finden, habe ich einfach die Kette in der Mitte gefaltet und dann befestigte ich dort den Vollmond. Dann habe ich 8 cm zur Seite gemessen und die nächste Mondphase angebracht. Und so weiter. Später habe ich dann die Kette mit etwas Klebeband an die Wand befestigt und von dort ausgearbeitet. Es hilft mega beim Messen, ohne dass sich dann das Ganze verheddert. Wenn ihr dann alles angebracht habt, seid ihr fertig. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen und für mehr Videos einfach unten abonnieren. Hier sind noch ein paar mehr Videos, die ihr vielleicht interessant findet. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. 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 betting